Du bist ja auf meinem Kanal. Und wie auch immer du hergefunden hast, eine Sache sollst du wissen, nämlich... Ich seh dich! Und wenn du nun schon mal hier bist, was im Übrigen auf eigene Gefahr erfolgt, kann ich dir auch erzählen, was sich hier auf meinem Kanal erwartet. Nämlich, mein YouTube-Name ist Kisu. Im wahren Leben heiße ich Miki, bin Jahrgang 88 und komme aus Niedersachsen, Deutschland. Dazu bin ich, wie gefühlt, 90% der restlichen Weltbevölkerung ein Let's Player. Yes! So, da... Du! Jetzt noch immer live von dem Verwittnis, was du gerade erlebt hast, kann ich dir noch eben schnell erzählen, was für eine Art von Let's Player ich bin. Oder... Nee, warte. Ich hab ne bessere Idee. Ich zeig's dir. Schwerpunktmäßig gibt es auf meinem Kanal zum einen... Action-Spiele? Okay. Geranimo! Oh, es... Es ist tatsächlich einer. Es hat... Oh, das endet böse. Oh, das endet böse. Oh, oh. Oh, 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 oh. Auf Wiedersehen. Benzinkanister. Brauch... Brauch ich nicht. Das brauch ich auch nicht. Ah! Heilige! Wo kommst du denn her? Äh... Wer ist denn mal drin? Schwer? Was bist du für ein biochemisches Experimentenopfer? Was hat der da im Gesicht? Was ist das? Das ist eine mit Stacheldraht befestigte Gasmaske. Himmel. Müllwagen! Yeah! Interaktive Müllverbrennung. Boom. Was laber ich hier die ganze Zeit für komischen... Oh, shit, the fuck the crap of the shit. Shit the crap, the fuck the shit thing. Oh, war das knapp. Der hätte mich gerade umgebracht. Ich hau hier sofort ab. Ich hau hier sofort ab. Meine Frisur ist in Gefahr. Das ist nicht geil. Oh, oh, scheiße. Retro-Spiele. Raus! Ich bin wirklich sehr beschäftigt. Okay. Aber hey, er redet zumindest mit uns. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich meine, als Mensch, da haben sie nicht mit uns geredet. Als wir noch Mensch waren. Aber jetzt, wo wir so ein komischer, bubbeliger Apfel sind mit dem Käppi, da reden sie mit uns. Hör auf mich zu schlagen. Mann, ich bin dein Neffe. Hör auf mich zu schlagen. Außerdem siehst du total anders aus wie ich. Wie kann ich dein Neffe sein? Bist du irgendwie mal fremdgegangen oder sowas? Du hast mich adoptiert. Gibst du. Wie erst willst du mich umbringen, weil du mit der Schuld nicht leben kannst? Was labere ich dir? Und dazu alles andere. Der braucht doch keine Continues mehr. Er macht's wahrscheinlich... La, la, la. Boah. Er macht's wahrscheinlich nur für die Güte. Die gütige Güte. Ich spring da einfach... Nein. Doch. Nein. Scheiße. Boah, was hält... Ja, ja, das meine ich. Du Arschloch. Ich... Also... Ja, das meine ich. Man bringt diesen Penner um und er schlägt einfach zu. Diese unfaire Ratte, Alter. Besser mit den Buchstaben DK solltest du öffnen. Vielleicht ist da dein Kumpel drin. Das erzählt so uns in Level 6. Dankeschön. Jetzt der Affe, dann durch den Wald lässt das mich doch völlig kalt. Ich würde jetzt bitte gehen. Dankeschön. Horrorspiele. Door locked requires a key to open. Also benötigen, einen Schlüssel die Tür aufzumachen. Den haben wir jetzt ja. Äh, möchte ich da lang gehen? Warum liegt der Toilettenpapier rollen auf dem Boden? Könnt ihr nicht wegschmeißen? Hallo? Können wir nicht einmal eine ganz normale Familie sein? Und machen wir euer Waschbecken sauber. Das ist ja widerwärtig. Oh, Alter, Leute. Das ist nicht lustig, ey. Das ist nicht lustig, ey. Alter, ich kriege fast einen Herzenfakt. Das ist nicht lustig, ich kriege fast einen Herzenfakt, Leute. Alter. Fuck. Fuck, ey. Oh. Oh, Gott. Alter. So, Leute. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt eine Pause gemacht. für eine geraume Zeit. Ich habe mir zwei Folgen Glücksbächtes reingezogen und eine Folge Barney und seine Freunde. Und jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Schwere Spiele? Oh, mein Gott. Was? Ich kann nicht nach oben? Ich kann nicht nach unten? Ich kann nicht nach links? Was? Was soll das denn? Wohin muss ich? Im Zweifelsfall nach rechts? Nein. Oh. Alter, ich habe es schon mal gesagt. in Level 15 oder 20 oder keine Ahnung. Aber alles ist schöner als das hier. Alles. Da brichst du dir lieber ein Bein und liegst im Krankenhaus, als dass du dieses Spiel hier spielen musst. Das passt richtig. Nee, die Bälle. Immer sind die Bälle im Weg. Alter, Mann. Die haben dazwischen eine Spanne und du, dämlicher Bauer, muss genau in dem Moment, wo der Ball da ist hoch? Mario? Ach, leck mich. Ach, leck mich. Ach, leck mich doch die ganze Zeit. Mann, ey. Kauf dir ein Brot und backe es im Backofen bei 280 Grad. Beschmissen mit Mayonnaise und steckst dir in den Arsch. Aber mach doch den Scheiß. Total bescheuerte Spiele. Alter, ich wollte nur ein Bier. Ich bin schwerster Alkohol. Ich kaufe noch schwerem Entzug. Ich wollte nur ein verbupstes Bier. Ja, du frisst mein Geld. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll das? Wird mein Geld wieder raus. Gebt dem Gemüse keine Chance, verdammt. Yeah, fress dich fett. Ja, zieh da doch noch mehr rein. Dass er sich überhaupt noch bewegen kann. Ja, schlag mich. Schlag mich, du solltest verdient. Komm, hier, hier. Schlag mich, gib mir Tier in den Arm. Nenn mich Kuh, nenn mich Pferd, nenn mich Esel, nenn mich... nenn mich Räuber Hotzenplotz. Hm, nehmen wir trotzdem D. Dass du für diese Frage einen Chopper gebraucht hast, wundert mich nicht. Ich vermute, du bist mal als Kind ein paar Mal ganz doll auf den Kopf gefallen. Naja, egal. Bei deinem Gesicht fällt das ja sowieso nicht auf. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Okay, weg, 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 weg. Weg, 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 geht weg. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Mir stinkt nach Tieren, nach Rhein. Was? Das Ziel schießt mit dem Laser auf mich. Spiele, die mich aufregen. Und ich lief durch diese gottverschissene Wüste. Ich lief stundenlang durch diese Wüste. Ich bin tagelang durch diese Wüste gelaufen. Das ist ein Scherz, oder? Dieses Arschloch erfüllt mich schon durch den halben Level. Was soll das? Verpiss dich. Ich mag dich nicht. Siehst du das denn nicht? Merkst du das denn nicht? Lol. Ja, nur was passiert. Lol. Passiert immer dann, wenn man es nicht braucht. Gott, die Nachbarn müssen decken. Ich drehe total durch. Nein. Alter. Leck mich am Arsch. Leck mich nur noch am Arsch. Ohne Witz. Leck mich nur noch am Arsch. Und jetzt. Zap. Und zap. Und du... Oh, nein. Scheiß drauf. Aufnahme ist weg. Ich bin gleich bei Minute 2 wieder da. Und Resident Evil. Hier. Ja, man könnte das Fenster auch vorher öffnen. Aber warum denn? Ist doch viel zu uncool. Wir springen durch ein geschlossenes Fenster. Das hast du echt mit Leon gemeint. Das durch geschlossene Fenster springen. Da bist du auch so geil drauf. Kann das sein? Ich kann es einmal zeigen. Es besteht aus Dornen und Stacheln. Und das Fiege ist instant death. Oh. Was? Was? Oh. Alter. Hier kommt alle dran. Ich habe ein Messer. Ihr könnt so viele sein, wie ihr wollt. Ich bringe euch alle um. Kaum zu fassen. Die lassen sich auch mal ein Messer töten. Das sind drei gestandene Scientology-Mönche. Und die kommen nicht gegen ein dummes Messer an. Das glaube ich. Wo ist mein scheiß Erste-Hilfe-Spray? Verdammte Kacke. Natürlich auf der 2. Die Tasteliga. Du sollst dich noch heilen, du Idiot. Scheiße. Ich will nicht sterben. Ich. Oh. Das ganze Dorf ist hinter mir. Das ganze verfickte Dorf ist hinter mir. Oh. Gott. Und teilweise auch mal eine Mischung aus all diesem Krams. Was es auf meinem Kanal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben wird, sind... Let's Play Togethers, Livestreams und Minecraft. Wenn dir gefällt, was du hier siehst und du Spielewünsche, Verbesserungsvorschläge oder allgemein irgendeine Frage hast, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar. Ich werde gerne auf diesen antworten. Und wenn du Bock hast, dich selber mal vorzustellen, ja, dann tue dies doch einfach. Schreib einfach einen Kommentar am besten unter dieses Video hier und stell dich darin kurz vor. Denn, äh, es interessiert mich schon, wer meine Zuschauer sind. Und so ein kleiner Kommentar ist doch so ein bisschen persönlicher als einfach nur ein View plus 1 unter irgendeinem Video. Gut. Das wäre es von meiner Seite aus. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß beim Umsehen und würde sagen, bis zum nächsten Video. So, adieu und ich bin weg. Ey, aber jetzt mal ganz im Ernst. Bei den ganzen Monitoren, die sie hier haben und bei den ganzen Sesseln, die sie hier haben und bei dem schönen Sofa hier und diesem LAN-Kabel, was sie hier quer durch den Raum gelegt haben und den ganzen Kartons mit wahrscheinlich irgendwelchen Fressalien drinne. Ich wette, hier hat eine ganze Gruppe Menschen Let's Play Together aufgenommen. So eine richtig fette LAN-Party. Oh, das weißt du, Shever. Oh, das weißt du, Shever.